Verbietet das Bauen Für uns in Deutschland brauchen wir Neubau. Das ist sehr einleuchtend und logisch in all den Gegenden, die man die schrumpfenden Regionen nennt, wo also im Osten oder im Ruhrgebiet Menschen wegziehen. Und wo? Ja, manchmal das Motto ist, also weniger Menschen, mehr Häuser. Und dann wird wie die Rettung von oben gesagt, wir werden in unserer Krisenregion ein bestimmtes Bauprojekt verfolgen. Wir werden jetzt ein Shoppingcenter, eine Kuranlage bauen, ein Museum. Und das, sagt die Baulobby, sagen Politiker und Investoren, das wird dann unsere Stadt nach vorne bringen. Und hinter dieser Rhetorik steckt gnadenlose Konkurrenz zu den Nachbarstädten. Und dahinter steckt reiner Egoismus. Denn es sollen nur die Einwohner oder die Einkäufer der anderen Stadt abgeworben werden. Tun Sie sich also zusammen mit Ihren Nachbarstädten. Und sagen Sie, kein Neubau in unserer Stadt und kein Neubau in der Nachbarstadt. Und in den boomenden Großstädten Deutschlands lassen Sie sich nicht anstecken von der Hysterie und Wohnungsnot. Es gibt keine Wohnungsnot in Deutschland. Es sei denn, man betrachtet es schon als Wohnungsnot, wenn man nicht für 500 Euro im Monat eine 100 Quadratmeter Wohnung am Hackischen Markt in Berlin bekommt. Es gibt keine Wohnungsnot, aber Anspruchsdenken. Und Sie können das durch ein paar Klicks am Computer bestätigen, indem Sie mal schauen, Was war die Einwohnerzahl Ihres Ortes vor 20 Jahren? Und was ist sie jetzt? Und wie groß war der Bestand an Wohnungen vor 20 Jahren? Nehmen Sie auch noch den Bestand an Büros und an Handelsfläche dazu, vergleichen das mit heute. Und Sie werden sehen, über 20 Jahre wurde eine gigantische Menge an Häusern gebaut, eine riesige Fläche. Und das wesentliche Problem ist, dass wir heutzutage auf immer größerer Fläche arbeiten und wohnen. Platzverschwendung ist unser Problem. Und wenn wir damit aufhören, dann können wir auch mit dem Bauen aufhören. Das heißt, wir sollten unsere Häuser und unsere Städte anschauen. Die sind gebaut. Und wenn wir die vernünftig nutzen, wenn wir Leerstand beseitigen, wenn wir zusammen wohnen, in Wohngemeinschaften, in Alt- und Jungwohnprojekten, in Mehrgenerationen wohnen, dann brauchen wir keinen Neubau. Wenden Sie sich gegen das Projekt, was Ihnen besonders am Herzen liegt, was Sie besonders stört. Wenden Sie sich gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes oder wehren Sie sich dagegen, dass ein Shoppingcenter Ihre Stadt kaputt machen soll. Aber wenden Sie sich auch gegen Neubau überall.